Alle unsere Filme gibt es in drei unterschiedlichen Versionen. Die reine Tonversion eignet sich hervorragend, wenn Sie unseren Film oder Teile davon in ein eigenes Filmprojekt einbinden wollen. Die Tonmusikversion unserer Filme ist schlichtweg perfekt geeignet für alle Wartebereiche. Sei es nun das ärztliche oder zahnärztliche Wartezimmer, eine Hotellobby, eine Airport-Lounge, ein Fitnessstudio, ein Restaurant oder halt überall da, wo es gilt, die Blicke von Besuchern auf sich zu ziehen. Die kommentierte Version ist hervorragend geeignet für Reisebüros, Reiseveranstalter, Hotels und Pensionen aus dem jeweiligen Zielgebiet und natürlich auch für Reedereien, die die entsprechenden Zielgebiete anlaufen. Darüber hinaus enthalten unsere kommentierten Filme wichtige und manchmal auch unentbehrliche Reisehinweise für das jeweilige Zielgebiet. Manche dieser Tipps helfen, bares Geld zu sparen.